Moin moin Leute! YouTube Gamescom ist hier wieder am Start und so. Und ich wollte euch auf jeden Fall mal wieder meinen neuen Twitter-Account zeigen. PS3-ID-S ist mein neuer Twitter-Account, Digga. Perfekt! Und jetzt zeige ich euch mein Profil hier oben. Ah, mein Account, mein Playstation 3 Account, mein Playstation 3 Account, YouTube Gamescom hier, meine Biografie, mein YouTube-Channel, der junge Zocker, mein Playstation 3-ID, YouTube Gamescom. Ja, folge jetzt gerade 170, Leute, und hab gerade 12 Follower! Perfekt, Leute! 12! Oh! Special! So, schreiben wir noch ein Feed hier, live auf YouTube, Alter! So! Moin! Moin! Perfekt! Ja, Leute! Das ist auf jeden Fall mein Ha? Zoom, 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 Zoom. Ah, blöder Zoom, oh, das funktioniert hier nicht. Ja, PS3-ID-S ist mein neuer Twitter-Account. So! Moin, moin, Twitter! Perfekt! Also, ciao, bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator! Euer YouTube Gamescom. Bis dann! Ciao!